Sie haben geschwitzt, geackert und Ihren Auftrag mit viel Liebe zum Detail erfolgreich abgeschlossen? Ihr Kunde ist von Ihrer Arbeit begeistert. Doch gerade jetzt, wenn Passanten und andere Immobilieninteressierte ihr Werk begutachten, ist nirgendwo aufgeführt, wer das Dach gedeckt, die Fassade verklinkert, die Fenster eingebaut oder den Garten bepflanzt hat? Niemand weiß, wer für die Bewirtschaftung verantwortlich ist, welcher Architekt am Werk war oder welche Unternehmen alle anderen Arbeiten ausgeführt haben. Ihre harte Arbeit gerät in Vergessenheit und erzielt keinen weiteren Werbeeffekt. Bleiben Sie ab jetzt in Erinnerung mit IMO Reference, dem digitalen Baustellenschild für alle am Bau beteiligten Handwerker und Dienstleister. Rücken Sie jedes Ihrer abgeschlossenen Kundenprojekte mit eigenen Referenzprofilen nachhaltig in das verdiente Rampenlicht und Sie erschaffen ein aussagekräftiges Portfolio Ihrer Arbeiten. Ihr Vorteil? Sie werden nicht mehr ausgesucht, Sie picken sich die Sahneaufträge zu Bestpreisen heraus. IMO Reference ist über den Computer, per Tablet oder komfortabel von unterwegs aus per App erreichbar. Werden Sie zum Fachkräftemagneten, weil Sie die interessantesten Aufträge erhalten. Outen Sie sich jetzt als Experte. Setzen Sie sich durch Ihre qualifizierten Referenzen klar von Ihren Mitbewerbern ab. Starten Sie jetzt 100% kostenfrei und registrieren sich auf immoreference.de.